Ahoi liebe Fasnachter, bin Jotti der Erste von Pflege im Quadrat, Prinz des großen Feurios der Stadt Mannheim und der Kurpfalz. Mein bürgerlicher Name ist Panajotis Neuert, ich bin 29 Jahre alt und bin in Mannheim geboren. Meine Hobbys sind in erster Linie, ich veranstalte gerne Partys für ältere Menschen, also gerade für einsame Menschen, die zu Hause alleine sind. Des Weiteren gehe ich gerne in die Sauna, mache gerne Wellness, liebe die thailändische Massage und ja, meine Lieblingsgetränke sind stilles Wasser, kein Sprudelwasser, das mag ich gar nicht und mein Lieblingsessen, alles was mit Hackfleisch zu tun hat. Übrigens, für alle, die es interessiert, wie ich Stadtprinz geworden bin, frag doch mal einfach beim Feuerio nach. Ich habe mich ans Internet gesetzt, habe dann recherchiert und habe gesehen, dass der Bodo Tschirschke Präsident des großen Feuerios ist. Habe ihn direkt angerufen und habe ihm mitgeteilt, dass ich gerne Stadtprinz werden möchte von der Stadt Mannheim. Dann habe ich mir den weißen Ball angeguckt und ich dachte, Jotti, das ist dein Ding, das machst du. Jetzt stehe ich hier als Jotti der Erste von Pflege im Quadrat. Ich freue mich riesig auf die kommende Kampagne mit euch allen. Jetzt stimmt mit ein auf die Fasnacht am Roy, auf euch, auf die Kurpfalz, drei Monnen, Ahoi! Feurio, Ahoi! Stadtprinz 2016, Ahoi!